Interesse an Leben ohne Krankheit, dann sind Sie hier genau richtig. Wenn Sie Ihr höchstes Lebensglück dahin sehen, selbst gesund zu leben, wieder gesund zu werden und auf lange Zeit ein Leben ohne Krankheit zu führen, dann sind Sie hier richtig. Aber wenn es Sie nicht selbst betrifft, sondern wenn Sie ein Vertreter der Heilberufe sind und Ihr höchstes Streben, das Wohlbefinden Ihrer anvertrauten Patientinnen und Patienten ist, dann sind Sie auch richtig hier. Mein Name ist Dr. Werner Ullrich und ich bin klinischer Strahlenphysiker. Ich beschäftige mich damit, anderen Menschen Wissen zu vermitteln, damit sie Leben ohne Krankheit führen können. Und wie gesagt, das gilt sowohl für medizinische Laien als auch für Vertreter der Heilberufe, also für Ärzte, Ärztinnen, für Heilpraktiker und Heilpraktikerinnen. Ich lade Sie ein zu etwas ganz Besonderem, nämlich zu einem Symposium nach Bad Sabo. Das ist ein Tag am 28.04.2018. Ein Tag, den Sie eventuell nicht wieder vergessen können und der einen großen Einfluss hat oder haben kann auf Ihr weiteres Leben, nämlich auf ein Leben ohne Krankheit. Mir ist es gelungen, zwei ausgewiesene Experten zu finden, die in ihren Arztpraxen mit der Erfahrung von 30 Jahren gezeigt haben, dass sie Menschen Leben ohne Krankheit bringen können. Für mich sind beide sehr beeindruckende Persönlichkeiten und Vertreter der Heilberufe. Und ich freue mich umso mehr, dass Sie uns an diesem Samstag zu unserem Symposium zur Verfügung stehen und uns Ihre Erfahrungen mitteilen. Dann erfahren Sie als Laien, und Sie können mir glauben, es wird in einfachen Worten vorgetragen, wie man zu diesem Lebensglück kommen kann, Leben ohne Krankheit. Aber Sie als Vertreter der Heilberufe, Sie als Teilnehmer an dem Symposium, werden auch lernen, wie Sie Ihren Beruf endlich wieder frei ausüben können und was es für Methoden gibt, jenseits profitorientiertem Gesundheitswesen. Ich glaube, Sie werden viel mitnehmen können, viel Wissenszuwachs. Und es ist auch möglich, Ihre individuellen Fragen zu stellen, denn wir haben genügend Zeit, dass die Vortragenden in Diskussion ihre Fragen beantworten können. Ich freue mich auf Sie. Kommen Sie nach Bad Saarow am Samstag, dem 28. April. Wir beginnen 9.15 Uhr. Sehen Sie das Programm an. Wenn Sie jetzt dem Button folgen, dann können Sie das Programm noch einmal genau sich ansehen und studieren. Und glauben Sie mir, es kann einen großen Wert für Sie darstellen, an diesem Symposium teilzunehmen, denn es wartet auf Sie Leben ohne Krankheit. Ich freue mich auf Sie, würde mich freuen, Sie begrüßen zu können in Bad Saarow im Hotel Esplanat. Ein sehr angenehmer Ort. Es gibt natürlich an dem Tag auch Kaffeeversorgung oder Getränkeversorgung. Und es gibt auch Mittagessen. Und ich denke, wir können in guter Atmosphäre dafür sorgen, unser Wissen zu erweitern. Unser Wissen für Leben ohne Krankheit. Unser Wissen für Leben ohne Krankheit. Vielen Dank.